Hallo liebe Fußballfreunde, Thema YouTube, Thema Paluten, seine Kommentare. Ich habe zehn YouTube-Kanäle ausgesucht von Kommentaren und meine Meinung sagen. Moment, YouTube-Kanal ich habe, Kanal Name, Leo. Das klingt wie Chrissy, seine Hund, mit Max zusammen. Hinterfalls zwei Abonnenten hat Leo-Kanal gegründet am 19.10.2020. Leo auf dem Kanal klingt gut. Kann sein, dass ich eigentlich vermisse deinen Kanal Wappen. Es ist nur schwarz. Dein Kanal schwarz. Warum es schwarz ist, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls vermisse ich das Logo von dein Kanal. Ein Bild. Kann mir auch Farbe schwarz sein. So ist auch wieder nicht. Hm, nein, Himmelsfarbe so aussieht. Hm, Kanal Banner vermisse ich irgendwie auch. Aber mach nichts. Hast du seit keines Videos gemacht? Warum denn nicht? Warum machst du nicht nach Paluten? Über Gaming-Beispiel. Thema Lego. Gaming-Bereich gehen. Kochen, Backen. Da reingehen. Deine Hobbys. Nach und nach wird dein Abonnentsteil weitergeht. Bis 10 Abonnenten. Oder noch mehr. Lieber Leo. Hm, ich finde von deinem Kanal. Fußball. Es kann interessant sein. Oder wenn überhaupt du Fußball-Fan bist, das weiß ich nicht, das kann gerne auch deine Meinungen sagen über Bundesliga-Meinungen, Zweite-Bundesliga-Meinungen, Dritte-Liga-Meinungen und Regionalliga-Deine-Meinungen. Fußball ist so groß, weiß ich gar nicht für welche Verein du Fan bist. Kann gerne in die Kommentare schreiben von meinem Kanal. Hm. Hinfalls. Dein Kanal kann gut sein. Und Video-Wünsche. Vielleicht über Gaming zu tun zum Beispiel, über Minecraft. Du kannst Paluten anladen. Du kannst Paluten anladen. Felix-Furtillaren anladen. Sturmwaffeln anladen. Kochen oder von Gaming. Oder Revy-Rewindzeit. Oder Felix-Furtillaren. Mit Paluten zusammen. Über Minecraft machen. Über andere Gamings. Komputerspiele-Beispiel. Komputerspiele-Beispiel. Netello-Sachen. Was du sammeln zum Beispiel. Filme. Komputerspiele. Sammeln. Komputerspiele sammeln. Über Gaming-Bereich sammeln. Komputerspiele. Alles Möglichkeiten. Über Gaming. CDs sammeln. Wenn du Fußball-Fan bist. Egal welches Verein. Lass gerne auch das sammeln. Dann wird dein Kanal richtig erwachsen. Und mehr Abonnenten du kriegst. Und mehr Aufrufe. Davon. Brauchst du ein Bild. Von deinem Kanal. Klar. Leo. Schon ein Name eigentlich. Und schon kurz. Aber. Der soll ansprechen. Vorleschen. Vorleschen. Egal welches Samen du gehst. Oder ich kann Leo Gaming. Oder Leo Sammelt. Oder Leo. Hobbys. Und diese Sache ist. Ich habe viel geredet. Ich kann gerne euch. Ich kann gerne. Dir. Überlegen. Was genau machen du willst. Wenn du gar nichts Lust hast. Das macht keinen Sinn. Wenn du keinen Kanal selbstgestellt. Und keine Videos ist. Und manchmal zwei oder drei Abonnenten kommt. Ich finde. Da sollen Videos rein kommen. Und was ich alles aufgezählt habe. Kannst gerne das aussuchen. Oder selbe Ideen du hast. Kannst gerne auch daran stellen. Ich sage ich mal. Viel Spaß von diesem Video. Schöne Grüße von Fußballfreundi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin liebe Freunde. Einser Freunde.